Was soll der Outfit? Wir haben es beim Fernsehen abgeschafft. Wie sag ich es bei uns als Dudelscheriff? Das Anforderungsprofil habe ich mit Links erfüllt. Das hat ja auch erfüllt. Wer ist der Spargeltarzan? Der Schramme, kennst du den nimmer? Schaut irgendwie jünger aus. Neubesetzung. Diebrem, Polizei! Ich hoffe, Sie sind gut versichert. Mein Anwalt wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Ich verstehe Sie nicht. Ich wäre schon neu ermittelt. Aber noch ist es nicht so weit. Ich glaube, Sie sind gut. Ich hoffe, Sie sind gut. Ich hoffe, Sie sind gut. Ich hoffe, Sie sind gut. Vielen Dank.